This means you are This means you are The Hardcore Champion Jeff Hardy Gegen den ECV Television Champion Rob Van Dam Die WWE Tag Team Champions Die Brothers of Destruction Gegen die ECV Tag Team Champions Batista und Rey Mysterio Und zu guter Letzt der WWE Champion Ultimate Warrior Gegen den ECV World Heroic Champion Golberg So, ja das war die Matchcard Und wir zeigen hier alle Matches Und mit Entrances Genau Also los geht's mit JeffRD gegen Rob Bam Bam. So, jetzt haben wir eh noch den Wartebildschirm. Und mittlerweile ja auch die Bad Blood Arena. Ja, genau. Die haben wir jetzt endlich auch dazu. Da gab es ja schon einige Beschwerden über die letzten Wochen. Warum hast du denn nicht Bad Blood Arena? Warum hast du die denn auch nicht? Ja, die waren noch nicht frei. So, jetzt lassen wir es reinkommen. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring. Magnetetrenne. From Cameron, North Carolina. The hardcore champion JeffRD. Die fliegen einfach so miteinander. Der andere war unsichtbar, der andere fliegt. Ja, JeffRD, der ist was Besonderes. Und los geht's. Zwei Techniker, zwei Highflyer. Das wäre eigentlich ein cooles Leather Match geworden. Swantonbomb gegen Frog Splash. JeffRD gegen Rob Van Dam. Wie immer ist es egal. Wie immer müssen wir gar nicht fragen, wer für wen ist. Ich bin natürlich für JeffRD, weil der ist bei Raw. Und du bist für Rob Van Dam. Der ist bei NCW. Nee, der Referee, der ist hoffentlich unparteilt. So, und der erste habe ich gekauft. Der erste Stärkeausgleich und mein JeffRD gewinnt natürlich. Der ist Hardcore Champion, was Rob Van Dam wahrscheinlich auch gerne wäre. Denn Rob Van Dam ist ja auch ein Hardcore Wrestler so ein bisschen. der ist ECW World Television Champion. Das ist wesentlich mehr wert als der Hardcore Champion. Da wäre ich mir nicht so sicher. Hast du ja mal JeffRD gerade erst gegen einen Rookie verloren. So was würde sich Rob Van Dam nie erlauben. Und das wird er jetzt auch gleich zeigen. Ja, klappt super. Okay, da kann JeffRD nochmal ausweichen. Und da kommt die Souplex. Ja, er hat zwar gegen den Rookie verloren, aber der Rookie ist auch nicht irgendwer, sondern Sami Zayn. Der hat auch deinen eigenen Rookie fertig gemacht. Ja, das ist ja auch nur Rookie. Sonst nichts außer Rookie. Ja, er hat ihn fertig gemacht. Und hier Watch out, we got a badass over there. Es gibt ziemlich viele Konter hier, aber jetzt sind eben auch zwei Techniker, die haben es drauf. Die können kontern und die können auch schöne Moves zeigen, was wir hoffentlich auch hier sehen werden. Ja. Heute bei Bad Blood im Auftaktmatch. Die fliegen ja beide viel durch die Gegend, benutzen viel Waffen. Die sind sich eigentlich ziemlich ähnlich, muss man sagen. Die sind sich ziemlich ähnlich und naja, dass er da jetzt rauskommt, das war klar. Dann ging es nicht mal bis eins. Das ist auch kein Wunder. Da geht es auf den Fuß. Schöne Move von Rob Van Damme, leider. Aber es war eine gute Idee. Aber jetzt kommt der Kick. Es war eine gute Idee von Jeff Hardy auch den Fuß anzugreifen natürlich, weil wenn Rob Van Damms Füße verletzt sind, dann ist der schon, ist es für den schon einiges schwerer Moves zu zeigen. Ja, logisch. Wenn Wrestler die Füße verletzt sind, ist es bei Mark Henry auch. Auf einen Fuß kommt, kann er sein Gewicht nicht. Ja klar, ich meine nicht gebrochen, aber zum Beispiel, wenn Rob Van Damme der Fuß wehtut, dann ist das schlimmer, als wenn Brock Lesnar der Fuß weh tut. Ja, Brock Lesnar tut nie der Fuß weh. Das ist so der Unterschied. Und Jeff Hardy mit einem schönen Flying Cross Buddy und jetzt mit ein paar Tritten und einem Elbow, den er auch immer wieder sehr gerne zeigt, dieser selbsterstellte Jeff Hardy. Ja, der ist auch ein cooler Move und der fliegt richtig hoch dabei, das muss man mal so sagen. Und hier nochmal. So, wann werden wir wohl... Da setzt all seine Sprungkraft in die Beine und uns wieder ein Konter von Rob Van Damme. Also bisher das Match sehr ausgeglichen. Ja, aber es passiert auch nicht wirklich viel, muss man sagen. Wenn Rob Van Damme schon so ein bisschen die Nase vorne hat. Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde schon sagen. Ja, natürlich würde ich so etwas sagen. Lässt sich hier ein paar Mal dann natürlich von Jeff Hardy aufs Maul. Traumachter wieder der schöne Move. Ja, der ist... Den haben wir ja vor zwei Tagen bei Raw auch des Öfteren gesehen. Ja, und jetzt wieder ein Pin. Ich glaube, das ist sogar sein Signature. Nee, könnte doch. Könnte sein. Aber jetzt könnten wir hier durchaus das Comeback von Rob Van Damme sehen. Und da sehen wir es auch. Jawohl. Nimm High Kick in die Fresse. Und jetzt leider kein Ding ins Frogsblech, sondern er wird dann wohl sein Signature jetzt auspacken, oder? Was macht er? Ja. Ist das sein Signature? Ich weiß es gar nicht. Ah ja, sehr schön. Kein Frogsblech, schade. Wieso kein Frogsblech? Ist kein Frogsblech, ist gut. Ich dachte jetzt, der würde jetzt nur hochgehen, aber ja, der war cool. Der Frogsblech, der kommt nach dem Cover, aus dem Jeff Hardy jetzt hier rauskommt. Danach kommt nämlich dann der Frogsblech Meinst du, das endet so, meinst du, das endet jetzt so wie... Oh, der ging aber schnell raus. Ja, natürlich. Der hatte ja auch schon eine Stunde Pause zwischendurch, der Jeff Hardy. Der heißt Jeff Hardy, nur weil der Ansager da ein bisschen dumm ist und eine harte Powerbomb. Ich dachte, es wird ein Hurricane Runner, aber es wurde dann doch eine Powerbomb von Jeff Hardy, der da ganz schön hoch springt. Und ganz schön weit vor allem. Also das war ein harter Sprung. Normalerweise geht sowas eher nicht. Das war wohl eher ein Sprung gegen die Naturgesetze. Oh, Cover gegen Jeff Hardy. Der war auch ziemlich in den Seilen, muss man sagen. Ich glaube, so langsam, du hast den Referee wirklich bestochen, aber das war ein Highkick ins Gesicht. Und jetzt sehen wir den Frogsflash. 5-Star Frogsflash gegen Jeff Hardy. Das anschließende Cover direkt. 1, 2, 3. Rob Van Dam gewinnt gegen Jeff Hardy. Ja, das war einmalig. Das passiert ja mal, dass Jeff Hardy ausrutscht und verliert. Hier nochmal schön der Signature gegen Jeff Hardy. und hier ein Cover von Jeff Hardy, aber gegen One of a Kind. So, keine Chance. Sieg für den ECB Television Champion. Tim Pin hat man noch gesehen. Das war der andere Tim Pin. Gegen Jeff Hardy, der jetzt in einer Woche zwei Matches verloren hat. Auch wenn so, und jetzt sehen wir Rob Van Dam ein Match zu verlieren. Keine Schande, ist hier nochmal der 5-Star Frogsflash. Und im Anschluss gut, da sind wir dann noch nicht mehr das Cover. Nee, es gibt nur noch die Freude von Rob Van Dam. Also, Aui, die gewinnt, setzt sich durch. Der völlig unverdient gewonnen hat, muss ich mal so sagen. Hier vollkommen zu Recht dominiert hat dieses Match gegen Jeff Hardy. Keine Chance für den Hardcore Champion. Gehen wir weiter zum nächsten Match und lassen wir erstmal die zwei unterschiedlichen Tag Team Champions reinkommen. So, also gleich. jetzt muss erst mal wieder laden. Ja, die müssen sich natürlich auch fertig machen, die Wrestler. So, hier natürlich die Brothers of Destruction versus Ray and Dave. doch so. Genau, ja. Batista und Ray Mysterio wird natürlich ein schweres Match. Ach, jetzt kommt wieder der Den müssen wir echt mal ändern. Die haben sich immer wieder lustig. Die haben sich ein neues Gimmick ausgesucht. Ich meine Undertaker hatten Iroh. Das sind jetzt die Happy People. Die sind voll auf allen Drogen, die sie gefunden haben. Die haben sich erstmal nochmal alles reingeschmissen. Was natürlich jetzt durchaus von Vorteil sein kann für Batista und Ray. Es sei denn, die Drogen wirken auch schmerzhemmend, dann wahrscheinlich eher nicht. Also, Batista, äh, Batista, Gott. Undertaker und Kane, die Brothers of Destruction sind da. Jetzt kommen noch Batista und Ray Mysterio. und die haben auch alles eingeschmissen, was sie haben. Die haben so ungefähr die gleichen Entrance wie die anderen beiden. Ja, wir müssen erstmal die Entrances ernanzen. scheinbar war da irgendwas im Kaffee oder? Ja, das ist auch das erste Mal, dass wir die zwei zusammen reinkommen sehen, ne? Ja, also da war scheinbar irgendwas in den, wie heißt das Zeug, die Aufputschmittel da. Ne, im Wasser war das. Im Wasser. Die nehmen doch keine Steroide, was denkst du du? Ja. Gut, die Steroide waren stark gestreckt von den beiden. Alles klar, Batista und Ray Mysterio gegen den Undertaker und vielleicht hat der die ja alle vergiftet. So, los geht's. Kane und Batista fangen an und erstmal Big Boot gegen The Animal und dann jetzt der Kräftevergleich bei dem natürlich Batista gewinnt. Ja klar, das ist nicht natürlich. Das ist, weil die alle und das war ein Small Boot ein kleiner Kick in die Fresse gegen Kane. Tut aber bestimmt genauso weh. Wahrscheinlich. Oh, und jetzt könnten wir gleich schon den ersten Tag Move sehen gegen Schöner Tag Move. dass Ray seinen Fuß so hoch Ich wollte gerade sagen, das ging auch nur gerade so. Hurricane Runner da sieht man auch wie schwer Kane ist denn der Hurricane Runner. Der war sehr langsam, also und jetzt erstmal den Kick. Und da sieht man mal wie hoch Ray springen kann. Fast so hoch wie Jafadi. Zwei Meter groß ist Kane mit Sicherheit. Ja locker. Aber kein Ding für Ray Mysterio. So, und was macht Ray denn jetzt? Er zeigt noch mehr Moves, natürlich. Was soll er auch sonst machen? Ja ich hab mal wieder die besten Kommentare die es hier gibt. Und genauso gut wie du kommentierst kämpfen heute deine Wrestler. Weiter geht's. Ray Mysterio setzt sich durch gegen Kane. Jetzt zum ersten Mal der Konter und schickt direkt mal seinen Bruder. Ja das ist feige. Den großen Bruder rausschicken. von Kane hier und Undertaker Der schickt seinen Bruder zurück. Ne doch nicht. Kane will noch nicht eingetaggt werden. Und jetzt sehen wir einen Chokeslam vom obersten Ringseil gegen Ray Mysterio. Oh das sieht jetzt natürlich schlecht aus für Mr. 619 und jetzt sehen wir vielleicht noch einen Tech-Move. Jawohl. Da kommt Kane wieder rein. Ach hey die Brothers of Destruction veranstalten hier was mit Mysterio. So und jetzt ist Kane wieder und er geht erst mal der kümmert sich erst mal um Batista will er zumindest schafft es jetzt auch während Ray sich da mit dem Undertaker beschäftigt. So aber da ist Kane auch schon wieder zur Stelle. Doch nicht ich dachte jetzt der Undertaker würde jetzt zu Batista gehen aber er hat sich doch umentschieden. Leg Drop gegen Mysterio und er hebt ihn hoch. Was wird es jetzt? Ja da wollte Ray schon wegrennen aber Kane hat ihn gegriffen und kann da jetzt aber kontern und ich dachte er würde Batista macht er auch jetzt kommt wieder die Animal rein der ja auch bisher nur sehr kurz drin war im Match. Ja aber diesmal zeigt er nicht so viel jetzt wollte Kane wo ein Tag Team Wurf mit Ray Mysterio machen hat aber nicht geklappt da hat Ray sich gedacht nee das mache ich lieber mal nicht oh Batista liegt immer noch jetzt wo der Undertaker reinkommt und der greift sich den jetzt und damit auch die Chance schöner Bodyslam und Bodyslam gegen Batista und Aufgabegriff aber es war ein Rope Break Ray Mysterio geht sofort wieder raus so und jetzt wirft er ihn raus nein macht er nicht er haut ihn nur um gegen gegen Batista und der nächste Aufgabe Griff der Undertaker der zeigt seine ganzen Technik Moves also ich muss fairerweise sagen bisher die Burst of Destruction das stärkere Tag Team in diesem kräftemäßig sind die auch das stärkere die sind auch das schwerere Tag Team und das größere also naja gut bei Ray ja deshalb also wenn wenn sich Kane auf Undertakers Schultern stellt und Batista auf die von Ray ja genau dann naja dann sind Batista und Ray noch so groß wie sie liegen groß sind ich wollte gerade sagen wenn Batista auf den Schultern von Ray steht dann ist aber ganz schnell dann sind die beide so groß wie Ray wie Batista weil der liegt dann so ein Sidewalk Slam oder war es einfach nur ein Sideslam ich weiß nicht ist er gegangen und jetzt schickt er wieder Ray Mysterio da rein der muss sich jetzt mal weisen gegen den Undertaker und das tut er auch direkt mal einen harten Sprungmove wie heißt es Neckbreaker und ein Tritt in den Rücken die macht er besonders gern heute irgendwie und jetzt noch ein Headlock also der der Ray der zeigt hier alles am Undertaker und der war flott also Ray ist jetzt voll im Salz gibt ordentlich Gas gegen den Undertaker und denkt sich ach warum denn nicht kein Techmove ne ne da war Batista nicht zur Stelle schöner Move High Flying Action hier von Ray Mysterio ja das kann Ray gegen den Undertaker erneut ein Hurricane Runner also der Undertaker der kriegt ja gar keine Pause sondern ja ne wird durchgehen vom Mysterio hier bearbeitet der nächste Kick und liegt auch durchgehen am Boden steht aber immer wieder auf weil der Undertaker merkt es wohl scheinbar noch nicht so viel er bleibt noch nicht lange liegen naja es ist nun mal auch der Undertaker jetzt aber der Konter und jetzt geht der Undertaker kann sich aber nicht durchsetzen und kommt wieder den Fuß von Ray Mysterio ins Gesicht und der ist motiviert der Mann da muss man erstmal die Eier zu haben mit 1,60m in einem Match gegen den Undertaker den Kommentatorentisch zu räumen ja gut wenn man Batista dabei hat dann ist das ja wieder was anderes und das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus für Ray Mysterio und jetzt könnten wir hier ganz schön ja was macht denn Kane der bleibt einfach stehen ja und was macht Ray okay das ging dann doch irgendwie ein bisschen in die Hose gerade Batista geht jetzt mal auf den Kommentatorentisch kann man ja auch mal machen da ist Undertaker ausgewichen und Ray springt da daneben ja ausgewichen ich glaube das geht nicht den Gegner anzuspringen während der auf dem Apron steht das funktioniert wahrscheinlich einfach nicht bist du dir sicher er hat nämlich sehr und jetzt geht es natürlich die Rache und jetzt sieht schlecht aus für Ray Mysterio und Kane geht da auf den Kommentatorentisch sehen wir jetzt einen Chokeslam nein nur den DDT aber durch den Tisch ist auch schon hart durch den Kommentatorentisch so und jetzt geht der und Kane leckt da außerhalb des Rings ein bisschen rum ja ich wollte gerade sagen Kane hat sich wohl scheinbar was verletzt oder so und Ray der will sich jetzt revanchieren macht er nicht er geht dann doch zum Undertaker und der fliegt jetzt mit dem Schädel gegen den Ringpfosten aber jetzt konnte er da auch direkt so gehen die jetzt bald mal wieder in den Ring zurück bevor noch einer ausgerunt und Chokeslam gegen die Animal gegen Batista aber gut wenn Kane und Undertaker da um dich rumstehen dann ist das natürlich auch eine schwere Sache und jetzt fliegt Batista hier gegen den obersten Ringpfosten und Undertaker und Kane laufen da in sich selbst rein und ein Konter vom Undertaker der hat jetzt gezeigt der ist jetzt drin die Brothers of Destruction natürlich wieder im Vorteil ganz klar und jetzt könnten wir ihn sehen den Tombstone Piledriver und da ist er und das ist es dann auch gewesen und ich glaube Batista hat jetzt auch noch eine Platzrunde das war es meine Damen und Herren da kommt Rey Mysterio nicht mehr raus vor allem nach dem DDT von eben von Kane Sieg für die Brothers of Destruction gegen Batista und Rey unverdient aber gut ja das war sehr verdient und jetzt vor allem haben wir jetzt mal jetzt sehen wir erstmal die Tag Team Moves natürlich hier den der war schon gut der Tag Team Move und mal schauen was wir noch sehen den Side war kein Sidewalk doch war es ein Sidewalk Slam ich habe keine Ahnung ein Sideslam auf jeden Fall und natürlich den DDT durch den Tisch oder vielleicht wollten sie auch nur zeigen die Batista den Undertaker den Ring gerollt hatten da haben die zufälligen und hier der Chokeslam vom Undertaker so was jetzt und jetzt wahrscheinlich noch den Pin oder mit Sicherheit ja hier Tombstone Piledriver mit Pin One okay die drei Seelen so und das ist jetzt die freuen sich natürlich so richtig also Kane springt hier lachend durch den Ring und rollt sich jetzt raus wie es sein muss hier die gehen richtig ab Kane ist glücklich so gehen wir weiter jetzt ist nämlich was besonderes weil jetzt ist es nicht wie letzte Woche wo schon klar war wer gewinnen wird jetzt ist das entscheidende Match jetzt ist es auch klar wer gewinnen wird Goldberg nein nein und damit die ECW der Ultimate Warrior hat noch kein Match verloren und sah auch noch nicht so aus als würde er verlieren Goldberg auch nicht das stimmt aber der Ultimate Warrior ist schon länger dabei ha er hat aber auch früher aufgehört aber er ist wieder da der Ultimate Warrior lebt noch nicht mal mehr er ist aber jetzt da ja das stimmt also Goldberg gegen den Ultimate Warrior jetzt geht es ums Ganze und noch was der Ultimate Warrior hat nicht den Entrance von Ryback und da kommt erstmal Ryback rein ja ne ne die sehen sich nur so ähnlich dass die haben sich selbst verwechselt Goldberg ist scheduled for one fall making his way to the ring from Atlanta Georgia the ECW World Heavyweight Champion Gold 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 ja ich dachte jetzt schon da kommt jetzt das dahinter übrigens dem fliegt der Titel auch um die Taille muss man mal so ansehen das ist bei den Red Wrestling ja ich glaube es auch muss man die Taille besser einstellen HBK T-Shirts im Pass der Ultimate Warrior wieder am ausrasten du kannst sagen was du willst der Ultimate Warrior hat schon das geilere Entrance ja natürlich weil Goldberg ja auch das von Ryback hat ja das ist ja ein bisschen blöd also meine Damen und Herren jetzt geht es um die Wurst Ryback Goldberg gegen den Ultimate Warrior das lustige ist ich habe noch nicht mal bemerkt dass es ein Fehler war das du Ryback gesagt hast ja gut man nennt man nennt Body Slam von Goldberg die sollten bei dir ein Tag Team haben das könntest du dann ganz liebevoll Ryback nennen ist besser als Ryback und da haben wir noch einen Rey Mysterio Fan im Publikum der ist noch naja wahrscheinlich eher am weinen weil Rey Mysterio gerade verloren hat jetzt drückt der bestimmt die Daumen für den Gewinner des heutigen Abends für Goldberg der geht auch richtig hart schon auf den Ultimate Warrior los und ja jetzt aber mal kann der Ultimate Warrior den Schlag ablocken und also das sind beides es sind beides starke Wrestler sie haben beide sogar einen Move wo sie den Gegner einfach nur auf den Händen in der Luft balancieren also wie schon bei dem ersten Match die beiden Wrestler sind sich gar nicht so unähnlich wie es zuerst scheint ja abgesehen von der Maske und naja den Haaren und der Kleidung und den Tattoos sind sie eigentlich genau dieselben es geht ja nicht ums Aussehen ich meine vom Wrestler so der Ultimate Warrior steckt hier aber immer noch mehr ein als Goldberg ja man muss sagen Goldberg und Ryback die sind sich ähnlich Eat Sleep Conquer Repeat was macht denn ein Brock Lesnar Fan bitte hier der sitzt noch da von Raw aber der wird ganz sicher auch nicht dem Ultimate Warrior beihalten das stimmt weil obwohl warum nicht der ist meine Show ja aber Brock Lesnar eher den Titel haben will vom Ultimate Warrior ja aber er ist noch nicht mal Number One Contender ich meine jeder will den Titel haben von daher müsste jeder gegen den sein doch Goldberg will den nicht ja jeder von meiner Show natürlich so und jetzt ja Goldberg jetzt wieder am Drücker auch wenn der Ultimate Warrior mittlerweile ja durchaus auch schon seine Aktion zeigen konnte ja und hier kommt jetzt auch ein Konter mit einem Schlag in den Magen und ein Headlock und was sehen wir jetzt er hebt ihn hoch und lässt ihn wieder fallen das das ist die beste Beschreibung für jeden Wrestling Move den die zwei überhaupt können sie sind er hebt ihn hoch und lässt ihn fallen und jetzt ein Body Slam der nächste gegen den Ultimate Warrior und jetzt ein Konter und das war so und ich wette jetzt hebt er ihn hoch und jetzt war ein Konter ein Schmerzvoller Konter wieder und jetzt das Cover das wird natürlich noch nicht reichen ganz klare Sache da kommt der Ultimate Warrior nochmal raus ja es ging zwar schon bis zwei aber das war klar dass das noch nicht reicht für den Sieg und jetzt sehen wir wieder er hebt ihn hoch und lässt ihn fallen und Sublex gegen Bill Goldberg und Schläge an den Schädel wie es sich gehört also die beiden Heavyweight Champions geben sich hier ordentlich auf die Fresse jetzt kann auch der Ultimate Warrior mal wieder ein bisschen austeilen mit einem Body Slam gegen Goldberg ja und jetzt Widerschläge in die Fresse also der wiederholt sich so langsam aufs Ohr ja ja an den Schädel tut mir leid ich hab mich verredet so und jetzt ein Sidewalk Slam jawohl ein Sidewalk Slam oder ein Sideslam ich weiß es nicht hier sieht man auch da sind sie auch untereinander alle aus meinem Roster ein Team der Undertaker zeigt den Move und der Ultimate Warrior zeigt denselben zeigt ihn auch und jetzt sehen wir den Finisher von Goldberg es sei denn der Ultimate Warrior kommt nochmal raus kommt er nicht und da ist das Cover direkt im Anschluss 1, 2, 3 es ist vorbei Goldberg gewinnt oh Gott Goldberg gewinnt verdient gegen den Ultimate Warrior hier sehen wir nochmal den Signature und hier sehen wir den Pin der direkt nach dem Signature kam ja also viele besondere Moves gab es in diesem Match auch nicht muss man sagen ne an für sich eigentlich doch eher noch ein langweiliges Match hier sehen wir den wenn man es mal so betrachtet Sideslam vom Ultimate Warrior aber letztendlich setzt sich Goldberg hier mit durch aber das war auch Glück dass der den Finisher gerade hatte denn wahrscheinlich hätte der Ultimate Warrior bald seine Finisher gezahlt das war kein Glück das war Können und hier er hat gewonnen Goldberg gewinnt und wird angegriffen von Randy Orton und der nimmt sich auch direkt mal noch den Ultimate Warrior vor also Orton natürlich stinksauer dass er nicht mehr Champion ist hat ja seinen Titel bei Extreme Rules verloren und greift hier nochmal Goldberg an und da war gerade sein Gesicht aber immer noch die falsche Show denn es ist immer noch so nächsten Sonntag äh nicht nächsten Sonntag das nächste Pay-Per-View das nächste große Event ist Backlash bei dem ihr eure Matches selbst entscheiden könnt wie das genau geht schaut einfach das News Video vom Sonntag vom letzten Sonntag oder spätestens das vom nächsten Sonntag da erklären wir euch das das war's mit Bad Blood Sieg für Rob Van Dam für die Brothers of Destruction und für Goldberg und damit für die ECW das war's wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder am Freitag bei Extreme Championship Wrestling über eine Bewertung und einen Kommentar würden wir uns sehr freuen und sehen uns dann in zwei Tagen wieder bis dann bleibt dran und tschüss ciao wie geht's das ist das ist Untertitelung. BR 2018